hey leute willkommen zu einem video heute in diesem video zeige ich euch wie immer das zeitrennen aber ich möchte unter anderem noch mal anmerken das cynics mod team sponsert mir nämlich ein gewinnspiel nämlich das cynics mod team sponsert einen koto und all account mit prestige 7 und alle waffen max out das gewinnspiel findet in einem tag und sechs stunden statt dieser wert von diesem account beträgt 35 euro und ja ich möchte euch noch mal wie gesagt daran erinnern dass dieses gewinnspiel stattfindet in den kommentaren werdet ihr einen link finden zu diesem gewinnspiel macht auf jeden fall mit und gönnt euch diesen account so 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 so